Die haben uns lieb, die freuen sich auf uns. Du blöde Maschine, jetzt schmeißt das Zeug doch in die Trichter, wozu hab ich die denn da hingestellt? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crash Landing. Hier in dieser komischen Wüste. Wir haben ein kleines Ernährungsproblem, dem müssen wir jetzt nachgehen. Ich guck gerade mal. Du kannst da auch gedrückt halten, muss ich jetzt mal drücken. Okay. Ich will jetzt mal eben diese eine Questreihe machen, damit wir da weiterkommen, wo ich Holzrüstung bauen muss, was ich echt schwachs... Oh, jetzt hätte ich fast... Das wäre ein bisschen viel gewesen. Aber wenn das Quest-Dingsbums-Maschinengerät das so will, dann wollen wir mal auf die Maschine hören. Und ich höre draußen laut Herr Viecher. Ich gehe da im Übrigen diesmal nicht raus, um die Reste abzuholen. Nicht? Nee. Ach. Ich habe irgendwie nicht so Lust zu. So, ich glaube die Quest ist fertig. Ach. Ähm. Du kannst dir jetzt was aussuchen. Ähm. Da? Na ja, genau. Und zwar würde ich dir empfehlen, dass du den Bronze-Axe-Hat nimmst. Dann baue ich dir eine Bronze-Axe, dann bist du noch ein bisschen schneller. Und ich nehme den Hard-Container, dann habe ich ein bisschen mehr HP. Toll, ne? Ja. Nee, ich dachte... Ja, doch. Ach doch, komm. Mach ich so. So. Nee, du bekommst Zeug von mir, warte. Nicht bewegen. Soll ich dir mal die Toolstation erklären? Ich habe es so Inventar voll. Komm mal her. Tu mal hier in die Kiste, was du nicht haben willst. Da in die Kiste. Ja, egal. In eine von denen. Nimm mal die Erde da raus. Die brauchen wir ja nicht. Oder die Zap-Links und so. Coldwater kann man echt nicht so gebrauchen. Die. Guck mal hier. Hier links. Du hast ja jetzt einen Axt-Kopf gekriegt. Hier links an der Toolstation kannst du halt sehen, was du bauen kannst. Da hast du so Rezepte zur Auswahl. Ja. Und du weißt ja, was du brauchst. Du brauchst eine Axt. Kriegst du links am Rand einfach die Axt an. Wie? Ja, genau. Und da steht da, was der haben möchte. Und zwar möchte der einen Stick haben und einen Axt-Kopf. Sticks kriegst du von mir hier. Und dann tust du einfach deinen Axt-Kopf, den du vorhin gekriegt hast aus der Krest-Belohnung. Ja. Ja, ich weiß, dass ich großzügig bin. Danke. Den tust du einfach da rein. So. Oh, wir haben noch was fertig. Und zwar die nächste Quest. Firing it up. Dadurch. Wir kriegen ein autonomes Aktivator. Was ist das denn? Was? Wir kriegen das umsonst. Wow. Und noch zwei Pneumatik. Wow. Okay, pass auf. Was nimmst du von den eigentlich? Eigentlich kannst du das Iron-Zeugs nehmen. Ich nehme die Saat. Okay. Und dann kannst du die Maschinen hier oben in die Kiste, die ich hier irgendwo hinstellen wollte, die ich aber irgendwie vergessen habe, irgendwo hinzustellen. Gut. Warte mal, ich hole mal eben eine Kiste von hier oben runter, die ich nehmen wollte für Maschinen. Und dann kannst du die mal da in unser Schiff reintun. So. Tu mal deine Maschinen, wo du nichts mit anzufangen weißt, tu die mal in die Kiste. Ja, in welche? In die. Die wie durch Zauberhand da entstanden ist. Nein, die volle Munition war ja noch. Brauchst du Iron-Zeug? Das Iron-Zeug kannst du direkt eigentlich oben in die Maschenke tun. In den Backofen. Mach du mal. Ach, die sterben schon wieder alle. Ja, ich höre es. Es eskaliert nur ein bisschen. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das ganze Zeug... Hast du nicht neue Seeds genommen? Doch, ich habe eine neue Seeds genommen, genau. Und zwar Cannapolo-Tolotol-Seeds. Ach so. Die, wenn ich mich richtig erinnere, raggen deutlich mehr als normale. So, warte mal gucken. Die müssten theoretisch ein ganzes heilen. Ja, tun sie auch. Guck mal hier. Nimm mal. Die raggen nämlich echt viel. Ich bin zwar dadurch auch noch nicht satt, aber ist auch egal. So, haben wir sonst noch eine Quest, die jetzt hier fertig ist? Ne, schade. Night Fright. Was ist das? Och, nö. Okay, there is something serious wrong with the planet. Are those really scared of the zombies and what's with those exploding green things? Ja, toll. Ich muss also... Wir müssen fünf Zombies killen, fünf Skelette, fünf Spinnen. Tschüss. Und zwei Creeper. Du bist keine Hilfe. Ja, aber ich habe dir doch viel Spaß gewünscht. Ja, danke. Ja. Dein Baum steht da immer noch im Weg. Ja, ich weiß. Ich bin gerade dabei. Was machst du mit der Erde? Machst du die immer noch weiter hier? Schön Erde? Ja, schon. Erde. Aber momentan hast du dich über den Baum beschwert. Also wollte ich den Baum, wegen dem du rumgeheult hast, wegmachen. Ich heule nicht wegen Bäumen. Hier kannst du ein bisschen Erde von mir haben. Hier sammeln wir mal einen. Da hinten. Gut. Ich tue die mal hier links zu den Blumen in die Kiste. Dann kann ich hier mal zack, 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 zack. Erde raus, weil das ist unsere Wasserquelle schlechthin. Apropos Wasser. Ach, wie voll ist meins noch? Noch zwölf. Reicht erstmal noch. Warte, du kannst von mir schmutziges Wasser haben. Oh, toll. Ja, ich habe keine Zeit, es sauber zu machen. Hier, bitte. Könntest du einmal durch den Filter schieben. Ja, hier liegt es auf dem Boden. Ja, danke. Wie viel ist denn das? Zwei? Oh, noch knausrig hier. Ja, mehr habe ich gerade nicht. Ja, ja. Ja. Oh, hier ist noch eine saubere Wasserflasche drin. Schön. Ja, die habe ich gemacht. Hast du gut gemacht. Ich weiß. So, einmal sauberes Wasser. So, was sagt der jetzt, was haben wir noch hier für Quests? Und zwar Hunger Games. Zwölfmal, zehnmal Reis und zehnmal Reis Samen. Oh, dafür müssen wir, glaube ich, was kriegen wir jetzt belohnen? Kriege ich da übrigens Reis für? Ein Orange Sapling, ein Orangenbaum, wie süß. Und Tea Seed, Coffee Seed oder Cotton Seed. Toll. Naja. Besser als wie nix, würde ich sagen. Aber dafür müssten wir jetzt ziemlich viel Bone Meal opfern, damit wir das schnell gebaut kriegen. Oder die Reispflanzen. Wenn die gleich wachsen, isst die mal nicht. Lass uns die mal neu anpflanzen. Super. Können wir gerade auch noch nicht. Aber wir haben ja jetzt diesen coolen Autonomous Activator. Den werde ich jetzt erstmal direkt benutzen. Das Problem ist aber, wenn ich das so hinstelle und die... Ah, ich habe eine Idee, wie ich das mache. Wo wird der abbauen? Komm. Danke. Jetzt stellen wir den Sieb... Den Sieb? Den Sieb in die Ecke. Oder muss ich den einen höher stellen? Vielleicht ist das sinnvoller. Und das Zeug fällt ja jetzt runter. Und wenn das dann... So machen wir das. Dann packen wir den einen Autonomous Activator so rum daran. Ich muss nur mal gucken, ab wann der... Nein! Nein! Du dumme Ma... Schiene. Was? Ja, die Maschine verarscht mich. Nein. Oder bist du nur unfähig? Nein, ich bin nicht unfähig. Sag nicht sowas. Meine Zuschauer denken, nein, ich bin wirklich unfähig. Würde die nie denken sowas. So, dann machen wir jetzt eine... Warum habe ich da jetzt zwei Chests hingestellt? Wollte nur eine. Ich habe doch... Halt, wo waren die? Zwei Hopper gekriegt. So, und ich stelle jetzt einfach nämlich da drunter. Einen hier hin und einen hier hin. Oh süß, ganz viele Creeper. Ja, niedlich. Ja. Geh hin und kuschel mit ihnen. Und dann schließen wir dieses Ding jetzt da an. Kann ich das jetzt damit modifizieren? So, an die Kiste und... An die Kiste. Jetzt müsste theoretisch alles, was runterfällt, direkt in die Kiste fallen. Ganz theoretisch. Wahrscheinlich nicht alles. Wahrscheinlich muss man immer mal wieder was aufsammeln gehen. Soll ich mal rausgehen auf Jagd? Ich habe ja schließlich jetzt eine Rüstung. Ja. Ein bisschen was einsammeln, solange noch Tag ist. Da sind ganz viele Creeper, so rote und andere. Hallo, einer da. Und Spinnis. Die sind eher die gefährlichen. Oh, 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 oh. Nein, du kommst hier nicht drüber. Da ist eine grüne. Zwei grüne. Drei grüne. Ne, ich geh da nicht raus. Vergiss es. Die grünen, da hast du überhaupt gar keine Chance gegen, so. Was ist denn Kack? Was soll man da dagegen machen? Vor allen Dingen, wie kriegen wir jetzt neuen Dust dran? Ohne Probleme. Ähm, tja. Okay. Okay. Kümmern wir uns mal um eine andere Quest. Und zwar brauche ich das ganze Clay. Wo hast du das Clay getan, was hier lag? In die Kiste da hinten unter anderem. Da ist noch ein Clay. Wo ich nicht dran komme. Los, jetzt noch ein bisschen. Ja, dran. So. Ja, sehr schön. In welche Kiste? Ja, hier hinten. Die Zeugkiste. Was? Ach, in die Zeugkiste. Da, da, da. Toll. Geht gut mit, dass alles da reinfällt. Mhm. Finde ich auch. Clay. Das ist aber, das kann nicht alles Clay gewesen sein. Ja, mehr hatte ich nicht. Den Rest musst du noch abbauen. Achso, du hast nicht alles abgebaut. Okay. Hast du das unter der Erde gelassen? Och, nö. Warf dich. Hättest du doch daneben abgebaut. Wo kriege ich das denn? Darf ich unsere Mauer abreißen? Du kannst hier den Boden machen und ein bisschen tiefer graben. Aber unsere Mauer... Ja, ich überlege gerade, wie kriegen wir einen neuen Last? Ohne rausgehen zu müssen, um zu sterben. Wir brauchen Eisen. Ja, toll. Ja, Eisen kannst du... Hast du hier, äh, in der... Das funktioniert überhaupt gar nicht. Die blöden Itemhopper nimmst du überhaupt... Wo fliegt überhaupt das ganze Zeug immer hin? Okay, halten wir fest. Das war eine dumme Idee, das so zu machen. Ja. Funktioniert echt gut. Oh, jetzt macht die Maschine wieder alles am Boden. Lass mich mal überlegen. Also, wo ist Eisen? Ja, ich dachte, die Maschine hätte ein neues produziert. Hat sie nicht. Super. Warte, ich setze den Tisch jetzt anders. Sekunde, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ach, da. Was ist denn mit dem Iron Dust Zeug? Ja, das Iron Dust... Genau, das kannst du in den Ofen tun. Richtig, richtig. Richtig. Immer einer hin. Immer, immer einer hin, der aufpasst. Brauchst du Wasser? Gerade nicht. Wirst du zur Not ein, zwei Flaschen mitnehmen? Ja. Ja? Jetzt kriege ich diese Hopper nicht abgebaut, ohne dass die kaputt gehen, wetten. Scheiß. Guck, so langsam wie die kaputt gehen, zerbrechen die, wenn ich sie abbaue. Okay. Sehr gut. Ich höre Spinnen. Ja, ach. Du auch? Nee, es sind nur die Grünen, die lieben. Ach so, na dann. Das und das. Vielleicht landet das Zeug ja jetzt dahin, wo es hin soll. Ich höre die Spinnen draußen vorbeilaufen. Ja? Die haben uns lieb, die freuen sich auf uns. Du blöde Maschine, jetzt schmeißt das Zeug doch in die Trichter. Wozu habe ich die denn da hingestellt? Mann, hast du noch Baumil? Ja, ein bisschen. Halt, ich brauche erst einen Eimer. Den Eimer, den macht man nämlich ohne Baumil. So. Und dann brauche ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich brauche sieben Baumil. Ja? Ja. Dann würde ich rausgehen und Skelette töten. Oder auch nicht. Nicht? Nie. Nee? Nee. Sieben Baumil brauchst du. Ja. Ich brauche eine Enderperle. Hast du eine Enderperle? Klar. Zufällig. Habe ich immer drei dabei. So, jetzt können wir nämlich das und Clay, das ich schon wieder weggetan habe. Warum habe ich das weggeräumt? Ich habe es weggeräumt. Das war aber echt dumm von mir. Siebenmal. So, und das. Da haben wir unser Porzellan-Clay-Gedöns. Machen daraus den unfridged irgendwas. So. Und kein Bretter mehr drin. Müsste ja noch schnell den Eimer. Dann haben wir, glaube ich, die nächste Quest fertig. Ja. Ja. Wow. Voll produktiv, ne? Ja, übel. Jetzt haben wir hier so eine schöne... Wir müssen mal zusehen, dass wir einen Cobbelsong-Generator hinkriegen. Mit Lava. Hört sich gut an. Ja. Ich nehme mal diese Wand für die Schmelzerei. Mhm. So, jetzt haben wir hier nämlich schon mal unsere ersten... Kann man jetzt Lava machen. Und du kannst da auch sogar Eisen und so drin schmelzen. Ich habe gleich ein Hungerproblem. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Bisher, finde ich, halten wir uns echt gut. Ja, finde ich auch. Und jetzt kommt gleich irgendwas hier rein durch die Mauer und twittert uns. Ja, genau. Tolle Perspektive. Ja, ich weiß. So was nennt man Zukunftsperspektive. Oh, ich habe einen Apfel. Jetzt habe ich keinen Hunger mehr. So. Mhm. Guck mal, guck mal, was ich habe. Dreh dich mal um. Schau mal. Mhm. Ich gehe in die Ecke weinen. Das war aber ein leckerer Apfel. Ach, sei doch ruhig. Ist dein Apfel allein? Ich esse hier diese komischen... Wir haben noch ein bisschen Bomid. Ha. Ich esse hier die... Oh, da ist ja doch zwei Äpfel in der Kiste. Oh, wie schön. Ich habe meinen Krops gegessen. Sieh doch zu, wie du klarkommst. Verreck halt auf dem scheiß Planeten. Ja, dann verdurstest du. Ohne mich und meinen Dirt. Ja, ja. Blatt, wollen wir weiter. Guck mal. Uh, wow. Nimm mal bitte... Nimm mal bitte... Wozu brauchen wir eine Pickaxe? Hier. Naja. Nimm du mal... Die Quest ist fertig. Nimm mal bitte die Ingot. Nimm mal die Ingot Cast. Ich nehme die Swordblade Cast. Ingot. 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 Ja. Und dann bauen wir jetzt mal hier draußen auch eine der Chests hier, die eh nicht keine Funktion haben. Diese funktionslose Chests stelle ich mal hier... Entschuldigung. Alter. Könntest du auch für mich so zu erschrecken? Hier. Tu mal hier das Zeug rein für die Schmelze, die wir hier haben. Meine Nerven. Wir haben nämlich jetzt hier so eine Art Minischmelze. Man kann nämlich, was ich gar nicht wusste, diese Teile auch an diese Dinger dran bauen, was ich echt lustig finde. Man kann die Teile an die Dinger ran bauen. Ach Mann, jetzt... Nimm nicht immer alles so wörtlich. Frau. Was denn? Ne? Ich hab Hunger. Ja, dann iss was. Bist du einen Apfel? Ich hab einen für dich. Du mich auch. Ich suche mir lieber selber. Nicht, dass du mir verhungerst. Da draußen sind irgendwelche Viecher. Ja, geh mal hin, kuscheln. Das eine hat seinen Fuß durch die Wand durchgestockt. Was? Ja. Ach, ich will es gar nicht wissen. Oh, guck mal. Melting Leaves? Oddly enough, if you toss Leaves into Crucible, they will melt down into a little bit of water. No, I'm not sure how they work, Elsa. You don't get much, but it makes interesting and sheer every good idea. Aha. Okay. Ähm, das probieren wir mal aus. Tog mal bitte Blätter da in den Crucible. In was? In den hier. Da rein, bitte. Mach mal. Blätter rein. Geht das? Wo denn? Es geht. Mach mal mehr, bis da 1000 steht. Geht nicht, ne? Du siehst, das MB, das sagt Millibarrel an, also wie viel Wasser wir kriegen. Ne, das geht jetzt nicht mehr. Musst du nur nach und nach, immer wenn 100 weg sind, kann man die nachfüllen. Okay. Das ist eine Quest, deswegen machen wir das. Ansonsten haben wir aber eigentlich eine bessere Möglichkeit, Wasser zu generieren. So, Melter mit Metal Dust. Ah, okay, hier ist eine Quest, wo wir, oh, wir kriegen neuen Strom und eine Energiezelle und ein ME-Chest. Alter, wir werden ja hier voll verwöhnt. Ist ja schön. Oh, und ich soll eine Schmelze bauen. Am Arsch, ich baue eine Schmelze. Und einen Stahl, natürlich. Mhm. Ja, toll. Ich liebe dieses Projekt. Immerhin leben wir schon länger als Early Boy und Klümm überhaupt jemals in ihrem Leben gelebt haben. In ihrem Leben. Ja? Ja. Eine gute Metapher. Ja, sehr schön. Hier sind lauter Viecher. Ich glaube, wir sollten echt eine Falle bauen für die. Wo wir die dann einfach umbringen und dann kriegen wir deren Essen und Zeugs und so. Ja. Was wir nicht haben, ist irgendwie, äh, ich hab nur noch neun Bone Meals. Mhm. Geh mal raus. Und jag die Viecher. Ja, mach ich. Wenn du das sagst. Oh, ein Mini-Enderman. Und ein Mini-Creeper. Ach, wie süß. Und der eine Creeper, der hat, hihih. Ja, ja, genau. Genau, so sah das aus. Ja, genau. Genau, wenn du jetzt noch rausgefallen wärst und gestorben wärst, ne? Ich hätte dich umgebracht. Ja. Ja, genau so. Der eine Creeper hat zwei, hat zwei Gesichter und rote Augen und er ist mir ziemlich nah gekommen. Er kommt ziemlich nah an diese Wand, wo unsere... Ja. Toll, ganz toll. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, auf mich. Der eine Creeper hat zwei Gesichter. Ja, geh halt nicht da dran. Oh, einmal Reis ist fertig. Machen wir ein neues Saatgut raus. Ich, ich, irgendwie kann man doch... Irgendwie muss es doch mehr zum Essen geben. Und zwar Cooking-Utensilien. Vielleicht müssen wir da einfach mal weiter die Quest reinmachen. Vielleicht kommt dann einfach mehr. Gut, und ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir auch die heutige Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich habe ein bisschen Sorge um unser Essen und um die Quest, dass wir Monster töten müssen. Ich weiß nämlich noch nicht, wie man das hier schaffen soll. Nein, ich gucke da auch nicht drüber, die Mauer drüber. Nein, nein. In dem Sinne, hoffen wir, dass euch das gefallen hat. Und dann haut rein. Macht's gut. Bis morgen. Und tschüss. Tschüss.